Alle sagen ja immer, ich habe so einen Respekt vor der Pflege und so, das könnte ich ja nie machen. Natürlich ist es nicht für jeden was so, verstehe ich. Aber manchmal sind die auch geschockt, vielleicht was ich erzähle, wenn irgendwas krasses passiert ist. Und die sagen immer, du mit deinem Omi und Opi, weil ich das immer wieder erzähle. Genau, aber die finden das schon toll, was ich hier mache und unterstützen mich total dabei, sind stolz drauf. Vielen Dank.